Hallo! Aktuell wird ja gefühlt alles teurer. Wenn da eine Fernhochschule massiv die Preise senkt, dann ist mir das ein Video wert. Heute habe ich eine Mitteilung bekommen, dass die GU, die Deutsche Hochschule, eine neue Fernhochschule auf dem deutschen Markt, die Preise massiv gesenkt hat und jetzt im Rahmen einer Aktion dem Bachelor schon ab 8.900 Euro anbietet. Was sich da verändert hat und wie die Hochschule da auch mit den Preisen im Marktvergleich so dasteht, da schauen wir uns gleich noch genauer an. Zunächst möchte ich euch einige Zitate mitteilen aus einer persönlichen E-Mail des Kanzlers und Geschäftsführers Klaus Woltschitz, die heute an die Studieninteressierten, also diejenigen, die mal Infomaterial angefordert haben, auf dem Verteiler stehen, der geschrieben hat. Und diese trägt die Überschrift, ein Fernstudium muss bezahlbar sein. Die Nachricht ist recht lang und ich möchte euch nur einige Kernaussagen dazu weitergeben. Unter anderem wird hier auf die Bildungsgerechtigkeit Bezug genommen. Dort heißt es, Bildungsgerechtigkeit ist ein wichtiger Aspekt für eine nachhaltige und positive gesellschaftliche Entwicklung. Wir sind stolz darauf, Ihnen eine erstklassige Bildung zu einem fairen Preis anbieten zu können. Und wenn man sich dann ja auch fragt, wenn etwas günstiger wird, welche Auswirkungen hat das, gibt es noch die Klarstellung. Abschließend möchte ich betonen, dass wir trotz des einmaligen Preis-Leistungs-Verhältnisses keine Kompromisse bei der Qualität und Flexibilität machen. An der Deutschen Hochschule erhalten Sie eine erstklassige Bildung zu einem fairen Preis. Ja, wie das Studienkonzept aussieht an der GU-Deutschen Hochschule, dazu hat es schon Interviews gegeben hier auf dem Kanal. Die verlinke ich euch auch mit. Dann könnt ihr da mal reinschauen, welche Überlegungen es da gibt, auf welchen Säulen auch dieses Studienkonzept basiert. Ja, das soweit erstmal die Nachricht, die natürlich auch Marketing ist, die aufmerksam machen soll auf das Angebot. Wir schauen uns jetzt mal an, wie die neuen Preise aussehen und wo sie auch stehen im Vergleich zu anderen Anbietern. Dazu ein Wechsel hier auf die Website der GU-Deutsche Hochschule. Auch die verlinke ich euch heute unten mit. Und hier habe ich jetzt mal den Bachelor Allgemeine Betriebswirtschaftslehre aufgerufen. Ihr seht, der hat hier noch so ein Sternchen dahinter. Das liegt daran, dass der Studiengang noch in der Akkreditierung ist. Dann sind hier die allgemeinen Qualitätsmerkmale, die genannt werden, die Inhalte, die Kernmerkmale. Hier auch der Hinweis darauf, dass der Studiengang noch in Akkreditierung ist. Und die bisherigen Preise ab 225 Euro im Monat. Und dann findet sich hier ein Kasten jetzt mit neun Preisen. Und da wird angegeben, dass halt ab 31., dass halt ab sofort und bis zum 31.05. dass es noch eine Aktion gibt, wo es auch noch 1.000 Euro Zusatzrabatt gibt und ein gratis iPad dazu. Und allgemein werden die Preise ab sofort gesenkt. Und demnach kostet der Bachelor nach den neuen Preisen 9.900 Euro insgesamt. Statt vorher 12.600 Euro. Beziehungsweise monatlich statt 225 Euro, die oben noch genannt waren, künftig 179,17 Euro pro Monat. Eine untypisch krumme Summe, die da jetzt genannt wird. Ja, und zusätzlich gibt es ja diese 1.000 Euro Rabatt noch bis Ende Mai. Also, wenn ihr euch da schnell entscheiden würdet, könnt ihr da nochmal 1.000 Euro sparen. Dann statt 9.900 Euro diese angepriesenen 8.900 Euro für den gesamten Bachelor plus iPad, was es noch mit dazu kommt. Dann gibt es hier noch einen Hinweis, dass halt dann, wenn ihr euch Vorleistungen anrechnen lassen könnt, sich die Schuldendauer und auch die Gebühren nochmal verkürzen können. So wie das bei den meisten Anbietern ist. Also, wir merken uns hier Bachelor für 8.900 Euro. Und jetzt habe ich mal geschaut, wieso die Preise im Markt sind. Und habe mir mal angeschaut, die IU, Internationale Hochschule, die hatte im Februar die Preise angehoben. Die neuen Preise auch veröffentlicht. Und die IU liegt so nach meinem Eindruck, ich sage mal, in dem Mittelfeld. Es gibt Anbieter, die sind noch höher angesiedelt vom Preis. Es gibt auch einige, die sind ein bisschen niedriger dabei. Aber das ist so ein guter Orientierungswert. Und ich habe hier bei Fernstrom-Infus.de auch diese Zahlen. Und ich möchte euch die jetzt mal zum Vergleich hier noch einblenden. Da seht ihr dann, dass die Preise hier gestaffelt sind. Das kommt ein bisschen darauf an, über welches Studienmodell ihr studiert. Also, welche Dauer ihr wählt. Ob in Vollzeit oder Teilzeit 1 oder 2. Hier aber für den regulären Bachelor in Vollzeit. Das ist so die günstigeste Variante, weil ihr halt am schnellsten damit schon eure Gebühren bezahlt habt. Und die IU am schnellsten ihr Geld hat. Dann seid ihr hier bei 14.739 Euro vor Rabatten. Und dann, wenn ihr in Teilzeit studieren möchtet, wird es entsprechend noch teurer. Hier unten sind günstige Preise. Das sind allerdings Studiengänge, bei denen die Studiendauer halbiert ist, weil der Berufspraxis mit dazugehört. Also, bleiben wir mal hier bei diesen 14.739 Euro. Als günstigsten Preis für den Bachelor. Da gehen dann, wie gesagt, Rabatte in Rabattaktionen noch runter. Aktuell sind das 1.400 Euro, glaube ich, bei der IU. Ich gucke mal gerade nach. Das ist mich gerade auch darüber berichtet. Gestern oder vorgestern wieder. Es ist auch eine aktuelle Rabattaktion. Ja, noch ein bisschen mehr. Das sind 1.444 Euro Rabatt, die ihr da aktuell auf die Studiengebühren bekommt. Also, dann bleiben noch so gut 12.000 Euro. Immer noch deutlich mehr als diese 8.900 Euro. Dann ist es wohl teilweise so, dass es bei der IU auch noch Rabatte gibt, die über diesen offiziellen öffentlichen Rabatt hinausgehen, noch weiter das Ganze reduzieren. Denn dennoch bleibt da eine Differenz, die deutlich ist, zu diesen 8.900 Euro, die im Moment die GU bis Ende Mai da hat. Oder selbst auch, wenn man dann den Rabatt wieder rausrechnet, bei den 9.900 Euro ist das immer noch ein Preis, man könnte sagen, ein Kampfpreis. Und ja, da wird sich zeigen müssen, wie denn dieser Preis wirklich kalkuliert ist, wie sich das Ganze auswirken wird. Die GU sagt ja ganz klar, das ist ein fairer Preis, der nichts zulasten der Qualitätsstudiengangs geht. Man bietet auch individuelle Betreuung und hat sich viele Gedanken dazu gemacht. Und das wird sich zeigen, wie auch dieser Preis dann auf Dauer gestaltet ist. Eingangs erwähnt, die GU ist noch sehr neu auf dem deutschen Fernhochschulmarkt. Der Markt ist zunehmend umkämpft. Es gibt viele Akteure da, die IU als größter Anbieter, aber auch andere Fernhochschulen, die die Studierendenzahlen steigern konnten. Aber das wird nicht unbegrenzt so weitergehen. Und außerdem dringen auch weitere Anbieter aus dem Präsenzbereich mit auf diesen Markt, der Online- und Fernstudiengänge. Und ich habe schon den Eindruck, dass auch der Markt dort härter geworden ist. Also könnte es sein, dass es jetzt erst mal das Ziel ist, als GU hier auch über den Preis auf sich aufmerksam zu machen, sich Marktanteile zu sichern und möglicherweise später dann die Preise anpassen zu können. Oder aber könnte ja auch sein, dass die GU sich mit geringeren Gewinnmargen zufrieden gibt. Aber als privates Unternehmen bin ich davon noch nicht so überzeugt. Ist auch, glaube ich, für den Moment für euch als Studierend interessiert, erst mal sekundär wichtig. Es gibt diesen reduzierten Preis 8.900 Euro. Bis Ende Mai danach dann 9.900 Euro. Und wenn ihr euch dafür interessiert, lohnt es sich, sich diese Studiengänge mal anzuschauen. Ist auch mit dem Vorbehalt, dass aktuell ja noch keine Akkreditierung für diesen Studiengang im Bachelor in Betriebswirtschaftslehre zum Beispiel vorliegt. Ja, das war es hiermit. Gebt mir gerne ein Feedback, ob sowas interessant ist für euch. Solche Informationen zu Rabattaktionen oder auch zu besonderen Preisen, wie ihr an der GU Deutsche Hochschule was ihr auch davon haltet und wie ihr das Ganze so einschätzt. Es war ja auch die Rede hier von Bildungsgerechtigkeit in der E-Mail. Sicherlich ist es einfacher, 8.900 Euro aufzubringen als vielleicht 12.600 Euro. Dennoch sind das immer noch Beiträge, Studierendengebühren, die sich nicht jeder leisten kann. Also von Bildungsgerechtigkeit im Sinne von Bildung für alle ist man da sicherlich trotzdem noch ein Stück weit entfernt. Weil natürlich, klar, auch sich die Gebühren noch reduzieren können. Wenn ihr berufstätig seid, kann die Steuerbelastung dadurch sinken, dass ihr das da ansetzen könnt und anderes mehr. Es gibt teilweise auch Stipendien, Kredite und alles, was natürlich runtergeht im Preis, macht es für eine größere Zielgruppe dort auch preislich wieder relevant. Kredite